Echt. Ja, wir lassen's überrushen. Aber ja, Doktor, du schreibst mir das bei WhatsApp, ja. Vielleicht, mal gucken, wenn ich dran denke. Du musst doch noch einzahlen in die Klarenkasse wegen Zug und so, ne? Ja, stimmt. Mag's. Ja, ich kann das doch nicht machen. Wie soll ich das machen? Ach ja, wenn er halt wieder... Das geht doch nicht. Kommt er wieder nach Deutschland, muss erst mal 50 Euro in die Klarenkasse zahlen. Alter, ich bin mit Flash, man. Rechts bis dann, Schwerkstatt. Hey, wer ist denn hier hinter mir? Backkill. Bosti wollte mal schnüffeln. Nee, meine Seite. Sauber Bosti. Bosti. Alles auf der Straße. Oh, Alter, gleich bring ich dich um. Ohne Witz. Ach, kacke, Alter. Der ist drinnen. Echt. Ist er wieder rausgegangen, oder was? Ja, ja. Der spielt hier mit Schalldämpfer. Hier, auf der Seite drin. Boah, er hat mich. Das war wohl Todesweg. Rechtsklärung. Oh mein Gott, Alter. Oder was für Scheiße. Nein, da ist Ars-Botsch noch durch. Hey, guck mal. Such mal auf der, äh, Strecked Fire auf der Seite. Alter, was war denn das hier für eine Scheiße gerade? Jeder hat eine andere Posi gemacht, Mann. Nee, ich nicht. Ich war mal auf meiner Ars-Beat. Ja, und ich konnte rechts nicht machen. Teil sinnlos, wenn man so spielt, Mann. Echt? Wer endet das erste Mal, dass wir gegen so Leute verlieren? Ja? 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 Ja. Boah, für den Fullstar. Ich bin geflasht. Alter. Hier vorne. Oh mein Gott, Mann. Friedhof, Friedhof. Ich bin Weak. Oh, magst du zum Kämpfen? Nein. Das war scheiße. Und du schenkst einfach nicht. Ja, ich wusste ja nicht. Ich dachte, im Friedhof. Der hätte ja auch genauso gut zurücklaufen können. Ja, ich bin an ihm hängen geblieben, wieder beim Reinschützen. Ich weiß ja nicht, wo der lang geht. Der hätte ich genau gecashed. Der hätte ich genau gecashed. Der hätte ich genau gecashed. Ja, schafft Zeiten, ey. Kann das sein, dass das CSL-Spieler sind, oder was? Wirklich, ja. Ist das ein Deutscher? Keine Ahnung. War einer geguckt? Hm. Boah, ich bin schon wieder Full-Flash hier. Alles gut. Komm, Nails vom... Mit Samtex. Ey. Zwei noch. Eine Werkstatt. Wir sind nach rechts geflüchtet. Saudi. Komm her, du. Komm her. Komm her. Jetzt Posty. Das sieht so wie ich selber lache, wenn ich das Schweinchen... Einer, Friedhof. Friedhof down. Sauber, Borsti. Einer, rechts. Reicht das Auto. Borsti muss in die Killcam. Ach, Mann. Doktor. Dr. Staub. Dr. Staub. Dr. Staub. Oh, ne. Guck dir mal den Kill an. Weltklasse. Ne. Äh. Aaaaah. Sorry, Max. Wollte ich dir doch nur das Leben retten. Ja, ja. Jetzt erwarten wir wieder 18 Kills von dir. Nö. Mach ich nicht. Weiger weg. Ja, weiß ich nicht, warum du die Bombe hast. Alter. Ah, Granatzeilen muss ich sagen. Schon verloren. Boah. Boah. Hier ist alles im Zuge. Ich sehe gar nichts mehr, Alter. Hier ist alles weiß. B-Spot. Oh mein Gott, Alter. Filt der mit Schalldämpfe? Ja. Ich glaube. B-Spot. Geiss. Dauber. Box macht sich bereit zum reingehen. Nate, orange. Ich bin drin. Über Mauer, über Mauer! Down ist down ist down. Der ist doch down, man! Richtig noch nicht auf über geschehenen Sachen, die kaputt sind! Ah! Blue hab ich. Ich hab Blue. Hinter dir! War bei Orange. Er ist ja hängen gerannt zu Orange oder was? Ja. Da kam ne Samtex an von irgendwo. Da ist rechts von mir Orange. Der ist bei Orange. Orange oder Blue. Oder auch nicht. Oder Billard. Warum spielen die denn alle mit schallgedämpften Waffen? Keine Ahnung. Dass man sie nicht sehen kann. Wenn sie schießen. Naja, das ist mir schon klar, aber das ist so bescheuert. Marks Spieleanalyse. Let's talk with Marks. Number one. Hey, Leute. Und als Thumbnail machen wir so'n schönen Marks Kopf. Ne, Bosti. Der Bosti. Boah, Flash! Ich muss euch meine Daten werfen, Felix. Alter. Könnt ihr mich dazu flashen? Das geht doch nicht. Auf der Street. Und dem Ding. Zwei sind Werkstatt. Zwei sind Werkstatt. Was macht ihr da? Alter! Ist das die Turmtauben schießen oder was? Ich will hier reinlaufen jetzt. Das geht doch nicht. Alter, wo sind die? Ist nur noch alle. Einer ist auf der Street. Ja, das ist der letzte. Ich hab doch drei abgeschossen. Oh, Ace! Ace! Die haben mich grad alle angeguckt und keiner hat einen Schuss erwidert. Auf der Street. Doch, da kam grad einer rauf. Macht. Gute Nacht. Meine Mom geht schlafen. Ja, deswegen. Gute Nacht. Du musst im Gegensatz zu manch anderen Personen. Ich hab morgen auch wieder Berufsschule. Schule? Oh. Nee, Berufsschule. Nicht Schule. Nee, das ist abgammeln. Ach, dieser scheiß Granatentimer ist aktiv. Das ist so lächerlich, Alter. Hast du doch den letzten schon bemerkt. Ja, da denk ich doch nicht dran, wenn ich eine Minute 30 Runden Timer seh, Mann. Echt. Ich stand da vorne irgendwo. Ich stand einfach mal mitten auf der... Alter. Boah, du hast Bosti den Kills geklaut, Mann. Ja, tut mir echt leid, Mann. Boah, ich bin genau reingeklaut. Der war nichts. Der war nichts. Der war nichts. Der war nichts. Der hat einen Billard. Ah, ich dachte, Boah, sie macht's jetzt. Aber be. Ich dachte auch. Boah, sie hat sich schon gefreut. Hätte einen Leckerli gekriegt. Lol, wo kam die denn? Warg sei froh, dass ich... Hat der von dahinten die Semtex geworfen? Nein, vom Billard. Hörst du mir nicht zu? Ja doch, aber... Ich hab doch gesagt, der ist Billard. So schnell dann wieder da hinten? Ja gut, ok. Glaubt die Erklärung. Ich würde ihm nicht glauben. Wenn nicht fragt Bossy. Fällt ihr danach offline? Weiß ich nicht. Ich nicht. Glaub nicht. Komm wir uns eins machen. Bossy will auch mal in die Killcamp rein. Bossy sieht nämlich witzig aus. Oh Gott bin ich rot. Ich bin übel rot. Nice. Ich bin Fullstum. Fullflash. Oh mein Gott. Irgendwie weißes Auto rechts weg statt irgendwie was hier. Ich spring rein. Am spawnen. Ok. Ich bin mal ganz kurz weg für ne Sekunde. Ja was habt ihr vor wie lang wollten ihr noch spielen ihr Muschi lecker. Ja ich bin bestimmt bis 2 Uhr oder so wach. Ja wie gesagt Ich hab ne Berufsschule. Ja und das bedeutet was? Ja Zeit. Er war krank morgen. Nein das nicht. Ne also das heißt dass du theoretisch so bis um 12 Uhr oder so da wärst. Ja ja. Ne nicht ja ja sondern ich will ne klare Aussage haben. Ok gut dann. Ja. Ja.